Seit unserem Auftritt bei 2 Minuten 2 Millionen haben wir unseren Namen von Jobswiper auf Hockeyfei geändert. Und da war von Anfang an wirklich unser Ziel, dass wir Jobsuchende einfach und ohne unnötigen Aufwand in den richtigen Job bringen. Das Schönste an dem Ganzen ist, dass wir seither eben seit unserer Gründung vor zwei Jahren mehr als 15.000 Personen so in den richtigen Job gebracht haben. Über die mobile Job-App erhält man nicht nur schnelle Rückmeldungen, man kann auch unkompliziert und einfach am Handy oder PC eine Bewerbung erstellen und sich damit gemütlich von der Couch aus oder von unterwegs für passende Jobs bewerben. Aber auch für Unternehmen erweist sich ein solches Tool als große Hilfe bei der Mitarbeitersuche. Uns kann man direkt auf der Website, auf Hockeyfei.at, ein Stelleninserat erstellen. Wir schalten das Inserat dann bei uns in der App, wo das unsere 300.000 Jobsuchenden sehen, zusätzlich auf Social Media und ein paar weiteren Portalen. Eine Anzeige in der Zeitung reicht mittlerweile also nicht mehr aus, um gute Mitarbeiter zu finden. Auch die Unternehmen nutzen als Arbeitgeber das Potenzial der Digitalisierung bestmöglich aus. Für uns ist es wichtig, dass wir die Mitarbeiter schnell finden, einfach das Ganze, also einfach geht und dass es für die Firma nicht so hohe Kosten entstehen. Und das funktioniert alles über Hockeyfei. Bei der Suche nach den geeigneten Kandidaten gehen wir als innovatives Unternehmen sehr gerne neue Wege. Und da sind wir auch auf Hockeyfei gestoßen. Wir haben dann einen Pilotversuch gemacht, wo wir drei Regionen ausgewählt haben, in denen wir Verkaufsberater gesucht haben und haben sehr viele gute Bewerbungen erhalten. Es ist einfach, es ist schnell, es ist übersichtlich. Das heißt, wir haben einen großen Pool, wir können jederzeit zugreifen, via Online, beziehungsweise gleich sofort via Smartphone.